hey leute und willkommen zum fünften türchen des adventskalenders mit nein fünften mit mir hier ist tobi und flori und in diesem fünften türchen am 5. dezember 2014 verbirgt sich minecraft brainbow der spielmodus ist nicht allzu leicht also es gibt so ein paar felder wo man sich daraus stellen kann wenn man mit dem bogen schießt einmal mit einer pelt wird man angefordert einmal mit dem biederschädel der one hittert alle dann einmal tnt das muss man in solche löcher abschließen einmal vergiften und einmal ein schneebereich in dem spiel langsamer werden okay ja das werde jetzt gleich und hier sind zuckerstäbe tobi sind zuckerstäbe bei mir okay wer geht hoch direkt in die mitte leute ich werde mich hoch okay die haben direkt das war vergiftung muss die doch schlagen halt bin ich bin doch dahin daran ja ich habe ja ich hatte gedacht das ist nun so dann gucke ich jetzt mal nach also rot ist ich habe das gefühl flott gar keine ahnung wie das spiel geht und ist dahin wo der grünen drauf steht okay welches team sind wir noch mal ja nein rot ist da das rote fällt ja warte das ist ja da wo die zwei grünen stehen floh ich bin doch da alter ich bin kein was bin ich denn jetzt einfach was geht denn bei dir ja entschuldigung dass ich dahin wollte zum schießen sehr schön tobi massas komm box sie noch nicht braucht doch hilfe zu haben komm da runter du affe hä einer muss doch gucken nein doch nicht die ganze zeit alter was geht bei euch habt ihr das noch nie gespielt oder sicher wie soll es hier vorne wird es hier vorne ja kommt der junge bist du behindert man muss drauf bleiben sonst hast du keine chance nein und dann bruttest du dich wieder hoch hier ist rot immer auf grün die wollen nein nein ich hab rot sehr schön nein nein der ist bei uns drin ich habe ja immer mit dem bogen direkt drauf schließen ich habe ihn nicht ganz erreicht ja ich hab rot 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 muss auf gelb schießen nein der hat mich weggespringen wie auch immer unterwegs nein ah der hat auf gelb boah völlig schlecht ist zwischen blau und da wo ich mich hingefordert habe ja das sehen wir nicht bin tot aber egal hallo grün und blau grün und blau grün und bleibt ja ich wurde im letzten moment weggeschlagen was will der blaue von mir der kapitel spiel auch nicht der schlachtet einfach nur ist das sein ernst er kann ja auch eine taktik sein ja aber es bringt ja im prinzip nichts ja doch nicht oder tobi du musst doch zu dinks ja jetzt haben wir uns abgeschossen ich geh zu rot raus also zu uns auf und gucken es ist zwischen blauen ja ich weiß da habe ich mich gerade gebettelt oder warte wird geschneid wird noch nicht geschossen noch in torben worte mit inner abhellen doch ich habe keine hier ich hab keine hier wo hier ist nix ich habe es nein jetzt habe ich standpelt schießt Tom nein das ist weg ich bin vergiftet ja aber ich habe keinen bock zur base zu rennen da da ist es wo denn wo denn nein ich bin tot ich hab's ich hab's ich hab's ich hab's ich hab's ich nehm ich sehe aber gerade gar nicht so kommen ja getroffen ich hab's hier ja wieder diesen typen hier spielen ichNão ja egal ich konnte grün nicht sehen das hat nicht geladen deswegen habe ich gar ich weiß ich hab's ich hab's deckung ja ich habe gedacht vor richtig knapp im letzten am Ja, ja, wir sehen's. Flo! Gut, das konnte ich von mir aus nicht sehen. Nein, ich wurde geboxt. Flo, schieß, ich geb dir Deckung. Flo, schieß, 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 schieß! Nein! Und dann, ich hatte grad die Sehne losgelassen und wurde getötet. Ich hab's geschossen. Nein, du hast mich nicht getroffen. In der Mitte, in der Mitte. Ja, wurde geschossen. Ah, nee, hat man nicht ganz getroffen. Wo ist der nächste? Es ist bei uns! Nein! Ich hab's, ich hab's. Er trifft es einfach. Mist, Kerl, Alter. Flo, schieß. Was? Bei mir ist das abgelenkt worden von irgendwas. Ich hab das doch nicht gegen den Stein geschossen. Oh, diese Leute, ey, die nur schlachten. Ja, ja, sag ich ja. Ja, die nerven einfach nur. Nein! Ja, dankeschön. Jetzt muss ich zum Base wieder, so. Oh, jetzt würde ich von einem anderen vergiften. Äh, das ist bei... Jetta, ich wollte... Da, ich seh's, ich seh's, Flo, hier! Das hab ich doch. Da hin, da in der Mitte, in der Mitte! Bei Team Grün in der Mitte, bei Team Grün in der Mitte! Ich hab's, ich hab's! Hol's dir! Pass auf, da kommt einer! Nein! Sehr schön! Sehr, sehr schön! Ich hab's getroffen! Ich seh's einfach an der Wand abgebrannt! Nein! Oh, diese Metzler! Hm... Flo! Bei Gelb! Oh, hat geschossen! Bei Gelb noch mal! Bei Gelb noch mal! Steht ein Blauer drauf! Alter, diese Leute! Hör doch jetzt mal auf, du spaßt! Ja! Äh, wenn ihr... Wenn ihr merkt, dass ihr getötet werdet, einfach nur ohne anzuspannen, irgendwo hinzuschießen! Nein! Damit die das nicht kennen, alter Flo, dein Ernst! Das war so knapp! Ähm, es ist bei... Scheiß doch! Wo? Sag mal! Ja, ich hab' ich... Ich hab' dich doch bei Grüntorben! Ja, hab' ich doch nicht gesehen! Ich bin bei Gelb oben! Ja, da sieht man das aber... Nein, ich musste öfter hier entkämpfen, da! Was willst du? Ah, Gelb! Gelb hat's! Gelb, Tom! Ach, scheiße! Zu spät! Geschossen! Aber auf Blau getroffen! Ist bei... Nein, das ist nicht das... Oh! Blau hat! Ja, komm! Dieser 100 Roboter, der versteht das Spiel einfach nicht! Wird geschossen! Ja, bei Blau, Blau ist raus! Nein! Und Gelb hat's auf Grün geschossen! Oh! Blau ist raus! Äh, Leute! Sag an! Mann! Flo, gehst du hoch? Ich geh hoch! Ich geh hoch! Okay, dann sag an! Hilf doch mal! Das heißt, ich rote Blau aus am besten, ne? Geh hoch! Doch! Ein Blut auf! Ich hab's! Da ist es! Ich kann's nicht schießen! Nein! Boah, ich bin tot! Ja, aber der Grüne hat den... Der hätte uns getroffen, aber der Grüne hat den zum Glück abgelenkt! Ich hab's! Ich hab's! Bei Grün! Hol's dir! Hol's dir! Versau da Rändernein! Ja! Oh nein! Ja, du musst ein bisschen doll erspannen, Flo, wann bemerkst du das? Ja, ich... Ey, Tobi, sag an! Bist du oben? Nein, bin ich nicht! Scheiße! Ach da, lol! Ich hab's! Ich hab's! Gelb, gelb, gelb noch! Jawohl! Gelb ist auch das mit den meisten... Hä, soll der Schwarze nicht One-Hit machen? Ja, aber wenn du... Ich hab's wieder, Tobi! Gelb hat's! Ich hab's! Der hat einfach... Ich hab's! Ich hab's! Ich hab's! Ich hab's! Flo, das checkt er nicht! Guck mal! Wie dumm er ist! Nein, nicht auf Blau! Flo, ey, du bist so ein Behindertisch! Der Scheiße! Oh, Junge! Da! Jetzt schießt der Grüne auf Gelb! Egal! Immerhin auf Gelb! Ich hab's! Bei Grün und ein Schleuder auf Gelb! Sehr schön! LOL! Dort ist es gegen die Wasser! Es ist bei uns! Ich komm! Hau ihn weg! Was? Was zur Hölle war das? Es hat einen Mann! Da ist es wieder bei uns! Ja, warte, ich boxe ihn! Ja, ging nicht! Da ist es! Tobi, Deckung! Wo denn? Ah, nice! Hab's! Schön! Flo, Deckgrün! Deckgrün! Geh zu Grün! Ich bleib hier bei uns zu gucken, wo das... Ja, hol's dir! Hol's dir! Shit! Da ist es nochmal bei Grün! Ja, ich seh's! Ich seh's! Flo, geh da hin! Schieß! Okay, schieß nicht! Nein! Ja, ich musste mich erst mal orientieren zu... Bro, konnte ich ja nicht schießen! Ja, du hättest aber zu Grün schießen können! Das ist bei uns! Das ist bei uns! Das ist bei uns! Tobi, hinter dir! Flo, hol's dir! Flo, hol's dir! Ich decke! Pass auf! Ich schmeiß den Treffer! Ja, gut! Ich bin bei Grün! Da, 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 bei Gap! Der checkt sich! Der checkt sich! Geht mich dein Porten? Nein! Ist alles easy! Ohm! Der ist abkart um! Hier, bei Blau! Bei Blau! Yo, yo, yo! Ab zu Gelb! Nee, zu Grün! Egal! Gelb! Mach Gelb! Jawoll! Er ist mal so tot! Okay! So, jetzt! Wo ist es? Ich weiß es nicht! Ach, jetzt war da... So, Gelb ist raus! Sehr schön! Ich hab's! Ich hab's! Mach Grün! Schnell! Was? Oh! Ist genau noch... Ich hab's nochmal! So schwer ist das nicht! Echt nicht! Ja, Vorsicht! Ich brauch dich! Ich hab ihn! Lass mich! Lass mich! Oh! Ich hab's! Oh! Tobi! Egal! Floschi! Bist du das bei Absicht? Es ist bei... Blau... Grün! Blau-Grün? Nein! Der hat's einfach bei Gelb reingeschossen! Es war vor Gelb! Ich hab's geschossen! Ja! Ich hab's! Ich hab's! Ich hab's! Leider Flo, gib mir deinem Lass hier unten! Ich sehe nichts! Achso! Ach du willst das da! Nein! Sehr gut! Ich denk den abschießen! Ich schieß! Ich schieß! Ich schieß! Der sollte treffen! Der hat mich drauf! Da ist der Grüne, der hat das! Nein! Einfach nur Schnetzeln! Schnetzeln! Nein! Der kriegt jetzt wieder ein halbes dazu! Der hat die Leben noch! Wir brauchen das rote! Wo ist es? Da ich hab's! Bei Grün! Bei Grün! Jo, jo, ich seh's! Pass auf! Da kommt einer! Nein! Da kommt zwei! Nee! Flo, wegschlagen! Nein! Wir sind da doch ganz nah dran hier! So! Flo, schieß! Schieß! Nice! Und jetzt Schnetzeln! Komm drauf! Warte! Okay, jetzt! Jetzt geht's rund! Einer auf! Nice! Weiterbauen! Jawoll! Easy! Easy! Okay, Leute! Ich hoffe, es hat euch gefallen! Das war das fünfte Türchen! Das darf man nicht mehr schreiben! Das darf man nicht mehr schreiben, Tom! Das ist auch nicht! Doch! Auf dem Team Molder soll über das fünfte Türchen! Ich hoffe, es hat euch gefallen! Das war das fünfte Türchen! Es war ein bisschen Stress-Action-reicher als die anderen! Besonders der Anfang, wo ich unzufliegt! Aber ich hoffe, es macht euch nichts. Aber sie haben sich ja gepressert. Ich war Top-Scorer. Am Ende haben wir das Spiel ja locker easy gerissen, weil die Absprache sich ja noch immer verbessert hat und so. Und ja, ich würde sagen, das war ein gelungenes fünftes Adventstürchen und dann sehen wir uns morgen wieder, wenn es heißt sechstes Türchen. Was da drin ist, werde ich euch natürlich nicht verraten, weiß ich ehrlich gesagt selbst noch nicht. Und ja, dann sehen wir uns morgen wieder. Potte rein und Tschüss!